Der Dragbag ist vielseitig einsatzfähig. Im Strafraum oder einfach um den Gegner aussteigen zu lassen, nützlich ist der Trick immer. Hier verschafft ihr euch z.B. mit dem Dragbag noch einmal Raum, bevor der Ball weitergepasst wird. Für den Trick benötigt euer Spieler auch nur zwei Sterne in der Spezialbewegung. Für die Ausführung müsst ihr die Taste für den angeschnittenen Schussmodifikator drücken und den linken Stick in die entgegengesetzte Richtung halten. In diesem Falle nach links. Und wenn ihr den Dragbag richtig einsetzt, kann es sogar ein Tor geben.